Oh Digga, jetzt hole ich hier die Runde oder was? Was ist das hier? Was muss ich machen? Hä? Was muss ich tun? Ich weiß, das kommt jetzt so noch gar nicht. Ich kann nicht bis 10! Dann dreh ich dann nicht bis 10! Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar von Trimax. Oh oh. Danny, was muss ich machen, dass du nach Berlin ziehst? Danny muss erstmal einen Job finden, oder? No, no. Keine randomboats, keiner hat den Chat an und dann wird das jetzt richtig geil. Ich war das, ich war das, ich war das. Alter, Caruso ist gut. Kabelaufgabe ist immer so scheiße, weil da wird man immer gesniped. Vor allem, wenn man so langsam ist wie ich. Ach Digga, Much, Alter. Fabo ist auf jeden Fall safe. Fabo hat es gerade gefixt, also bleiben wir bei Fabo. Schönen guten Tag. Wo wurde die Leiche gefunden? Danny liegt bei Admin, beim Eingang, wo du uploadest. Okay. Ich habe auf den Camps gesehen, wie er da lag. Zuerst nach rechts gegangen sind Kevin, Romatra, Revi und ich. Mir lag die Leiche vor dem Upload. Bei mir waren gerade Fabo, ich bin mit Fabo hinterher. Und Reef war auch noch bei mir. Und gesehen, dass Fabo da auf jeden Fall die Aufgabe gemacht hat. Ja, Caruso war auch noch bei uns. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Caruso nach rechts Weapons gegangen und dann wieder nach links. Ja, aber du könntest es trotzdem gewesen sein. Nein, 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 Caruso war bei mir. Kevin, er war bei mir. Darf ich mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Fabo war auch bei mir und Antonia auch. Also Chef ist auf jeden Fall, Chef und Reapers. Einer von den beiden. Reapers. Ja, ist ja auch egal, wie der jetzt heißt. Hör mir zu. Ja, wir skippen, wir skippen. Halt die beiden im Auge. Marc, du kannst die ganze Zeit hier alleine rumcreaschen. Wir gehen aber jetzt erstmal dahin, wo gerade Alarm ist. Was geht? Alles gut, Travex hat den Button nur geklickt, weil er jetzt schon lange, weil es so lange passiert ist. Das ist immer, wenn ich einen guten Run habe. Wenn ich eigentlich hätte, sterben muss ich nicht mehr. Keiner stirbt, keiner wird reported. Und jetzt überprüft überhaupt jemand tot ist und es ist einfach keiner tot. Also das machst du nur, damit du länger überlebst. Es gibt keine Leiche. Gibt es Among Us Pro? Das ist keine Leiche. Ich werde schon wieder aggressiv. Ich muss sagen, das ist keine schlechte Taktik, weil es gibt ja manchmal auch die Situationen, wo vier, fünf Leute stacken und wenn dann ein Body tot ist, dann kann man sagen, ja okay, dann muss es der gewesen sein. Ja, Antonia, skipp mal. Also Digga, Trimace ist ja... Der ist ja auch verloren, der Armee, Junge. Oh, damn. Max hat gesagt, wir bleiben zusammen und ist dann nach unten hinterher gelaufen. Also ich würde mich sehen, es könnte... Es könnte sehr gut Max gewesen sein. Der Strubel hat mich die ganze Zeit gesehen. Der Strubel hat mich die ganze Zeit gesehen. Ich war ja knapp meine vorletzte Aufgabe gemacht. Die Leiche legt unten einen Lower Engine. Du hast den Report, Romatra, ne? Okay, für den Kill kann ich klären, Fabio und Revi, die können den Kill nicht gemacht haben. Ich habe schon eine Lüge rausgehört. Trimace hat gesagt, er hat seine Task fertig, nachdem zwei Leute tot sind. Das kann gar nicht sein. Max macht seinen Task nicht so schnell. Das ist wirklich so ein Max-Ding. Das haben sie den übelsten Task waren. Deswegen habe ich eben das Emergency-Beating auch gemacht. Wer hat Leitz gefixt? Wer hat Leitz gefixt? Ich habe Leitz gefixt und bin dann zurück zu euch, äh, zu Fabio und Revi gelaufen. Chef kann mich komplett decken, wir waren zusammen im Reaktor. Ich würde echt gerne wissen, wer diese Task for Security gemacht hat vorhin. Hey, lass doch mal kurz reden. Dann könnte es maybe ein Self-Report sein. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, denke ich auch. Weil er mich auch direkt die Pfanne haut. Also Reapers und Reapers und, ähm, ne Romatra, Chef kann mich decken. Chef kann mich komplett decken. Warte mir die ganze Zeit, Chef, kannst du die ganze Zeit decken? Warte auch einfach weiter. Bisschen weiterhalten, würde ich sagen. Ich glaube, Reaps, Reaps sind auch Tasts. Ja, ja. Chef ist hinter uns. Vorsichtig. Ich habe ihn ja gerade gesehen. Wer ist in den Kameras? Oh mein Gott. Kameras kann mich bestätigen. Ich bin gerade, ich bin gerade Camps. Ich bin gerade Camps. Hast du gesehen, wer da geklittert hat? Wo wurde die Leiche kurz gefunden? Das ist erstmal die erste wichtige Frage. Du warst doch in den Kameras, du hast die Leiche doch da liegen sehen. Ich habe sie nicht liegen. Ich schwöre euch, da war keine Leiche in den Camps. Ach, Digga. Navigation, mitten da, wo die Kamera ist. Genau in dem Gang liegt die. Ich war. Und von da kam Toni, ja. Warte mal, Reapers kam da auch. Und Romana kam da auch. Nein, Reapers war da schon längst weg. Ja, ich glaube. Stopp, 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 stopp. Reapers? Ey, Reapers braucht ein Alibi oder ich vote es nicht? Ja, Reapers waren da und ich waren da. Ey, Chef hat gerade so schnell den Vote geskippt, Alter. Ja, weil wir niemanden haben, Alter. Und auch gerade so reingestottert, ey. Also, don't know. Ja, wir müssen skippen. Ich bleibe weiterhin bei Fabo. Ich habe einfach nur Angst. Ich habe keine Tasks mehr. Ich laufe mit Toni. Ich bin gerade im Scanner. Ich bin gerade im Scanner. Ich bin gerade im Scanner. Ich stehe gerade. Ich war mit Rewi jetzt. Also, ich war gerade im Scanner drin und Fabo war bei mir. Ja, wir wollten jetzt. Ja, dann wollten wir jetzt Reapers. Also, es kam nur Reapers gewesen. Bei Reapers war ich die ganze Zeit. Nein, wir wollten nicht Reapers. Ich hatte gerade die scheiß Reagenzglasaufgabe fertig gemacht. Reapers kam halt zu links. Ja, lass. Ja, bei Reapers bin ich dabei. Hä? Stopp mal, stopp. Wir waren noch zusammen die ganze Runde. Okay, wir fangen mit Reapers. Können wir von hier aus anfangen, weil der vertraue ich auch nicht. Aber ich bin es halt safe nicht. Ich habe jetzt Reapers gewartet. Ich wollte jetzt Caruso. Hä? Weil er die ganze Runde bei mir war und mich dann voted. Ich habe niemanden gewartet. Ich habe niemanden. Es war mir jetzt zu lang, also zu wenig Zeit einfach. Du hast gar nichts gesehen und callst wieder den ganzen Tag. So ein Ding ist das. Ja, ja. Oh, Digga. Stark. Caruso ist safe. Caruso ist sowas von safe, Digga. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir schaffen die Runde auf jeden Fall. Ich trage das hier durch. Ist ganz gut, dass ich bis zum Ende gewartet habe. Ist egal. Wir ziehen die Aufgabe jetzt durch. Wenn jetzt hier einer reinkommt, ich bin down. Ist das so schlecht, Alter. Ist vor meinen Augen. Ich überlege mal ganz kurz. Der letzte Killer muss auch Reapers gewesen sein. Die Reapers haben mir richtig gelegen. Fabo und Rewi haben die ganze Zeit Händchen gehalten. Romatra war mit mir die ganze Zeit unterwegs. Ich würde aber trotzdem spielen. Ich habe Caruso aber auch gesehen. Ich habe Caruso auch gesehen, wie er Aufgaben gemacht hat. Es ist halt Reap safe, also. Digga, das ist Bullshit. Ich bin gerade mit dem gelaufen. Der Schlag... Digga, er schlacht in den Ambulus. Safe reported ihn. Ey, wir haben noch eine Aufgabe. Rewi, hast du die letzte Aufgabe? Wir machen die zusammen. Wir machen die zusammen. Wir machen die zusammen. Wir machen die zusammen. Komm. Wir können skippen und alle mit Rewi laufen. Oder so. Dann skipp. Ich skippe. Skippt. Ja, ich denke schon. Muss Reaktor. Oh Digga, jetzt hole ich hier die Runde oder was. Es war aber stark eigentlich, dass ich es so ein bisschen passiver gemacht habe, der Hase. Was ist das hier? Was muss ich machen? Hä? Das muss ich tun! Ich weiß die Kombination noch gar nicht. Der Henk ist mit 10! Verdammt! Sehen kann ich mit 10! Den Henk ist er nicht mit 10! Der Henk ist hier. Das ist der Henk! Bro! Da war eins man! Da steht so ne sitz, eine Zahlenkombination! Das war auch nicht die letzte Aufgabe. Doch, es war meine letzte Aufgabe. Woher muss ich wissen, was ich machen muss? Das weiß ich doch nicht. Das steht doch da nicht. Das steht doch da irgendwo. Ich spiel nicht mehr mit Rehvi. 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 Ganz kurz, jetzt mal ganz kurz. Darf ich mal kurz was sagen? Woher soll ich wissen, dass ich von 1 bis 10 zahm muss? Das steht ja nirgendwo. Mein Gott, das steht 1 bis 10. Dann drückst du die Reihenfolge einfach. Mann, Alter. Manchmal musst du doch irgendwelche Kombinationen einbringen. Abonja, es war mir eine Irre mit dir zu mir. Wie heißt es mal? Das ist crazy, Alter. Let's go. Ich bin Imposter. Es geht los. Schon wieder Crewmate. Digga, Mann. Ich hasse es. Die ganze Zeit Crewmate zu sein, das ist so unnötig. Wirklich. Da kann ich auch direkt einfach dieses Spiel spielen, wo man nur aufräumen muss. Diesen Simulator. Was ist das denn jetzt hier? Irgendwer kümmert sich darum. Ich mach immer nur meine Aufgaben. Wisst ihr, ich bin einfach mal hier. Ah! Danny. Oh mein Gott, ich hab richtig Angst vor Danny. War klar. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar von Trial Max. Davy! Wie hübsst du dich? Oh oh. Ich hab mich nicht geübt. Ich denke es war Trial Max. Mein Rewi. Warum redest du denn Rewi? Rewi, warum redest du? Digga, ich war in so einer mega geilen Runde mit Reefers Imposter, aber macht Rewi so einen schnitzel. Rewi, was ist das? Nein, nein. Votes. 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 Sorry, Discord hat bug. Votes. 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 Votes.